UNTERTITELUNG Was hast du für Geld? 30.000 Hey Yashik, alles klar? Was geht? Ist das mein Messer? Was riechst du mir denn? Was riechst du mir? Was riechst du mich vor meinem Computer? Willst du mich verarschen? Was für die Messer? Was denn da? Schuldet er mir. Stefan, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Bernd! Lasst euch da bloß nicht vollquatschen. Ihr macht Druck, ist das klar? Ich brauche Resultate, Bernd. Ich versteh's nicht. Willst du jetzt alles ziehen? Ich werfe überhaupt nichts in, mein bester Freund ist verschwunden. Sag mal, raffst du es eigentlich noch? Zwei Kollegen sind tot und ihr verhalten euch wie Arschlöcher! Ihr macht überhaupt nichts, klar? Bleiben cool, das bringt uns nicht weiter. Ist das so? Ja. Da ist noch etwas. Wir konnten jenes Dienstwaffen nicht finden. Sind wir Freunde? Drosten? Man sagt, der Mann hat Saft. Was? Sie wollen Saft? Hol ich Ihnen! J.B., die Jungs, die haben diese Träume nicht. Also, ändert sich ihr Leben von Grund auf. Und für sie? Ja. Ja.